Die Vision, die die Be the Change-Initiative vertritt, ist die Vision einer ökologisch nachhaltigen, sozial gerechten und spirituell erfüllenden menschlichen Präsenz auf dem Planeten Erde. Da haben wir uns mit der Hörberhof Stiftung total wiedererkannt. Deshalb haben wir uns auch entschieden, diese Initiative in unser Programm mit aufzunehmen und nach Deutschland zu bringen. Weil in der Hörberhof Stiftung geht es ganz stark um eine neue Definition von Wohlstand. Also Wohlstand neu zu begreifen. Über das alte Profitdenken hinaus zu gehen. Also Profit nicht mehr nur monetär zu definieren, sondern zu sehen, es gibt so viele Aspekte von Profit. Den sozialen Profit, den zwischenmenschlichen Profit, den kreativen Profit, den Erfüllungsprofit. Und das ist auch meine Vision für die Zukunft. Ich sehe eine Zukunft, die wesentlich mehr Vielfalt ermöglicht, als unser derzeitliches Wirtschaftswachstums-Profitdenken. Und in dieser Zukunft sehe ich Raum für ganz viel Kreativität, wo viele, viele Menschen ihre Lebensvisionen entwickeln und entfalten können. Und wodurch ganz, ganz unterschiedliche Lebensmodelle möglich werden, die allerdings kooperativ ineinander greifen und dadurch ein ganz neues Miteinander zwischen den Menschen und mit der Natur möglich machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.